Deutschland hat uns sehr viel gegeben und wir sind hier ein bisschen integriert und wir wollen auch mit dem Volk oder mit allen die hier sind, egal ob Deutsche oder Ausländer sind, einfach helfen und Hand in Hand zusammen das alles besser machen irgendwie. Wir machen so viel wie wir können. Und wenn wir ein großes, großes Gebiet hier sehen und das so vorstellen, dass tausende helfen hier, alle sind organisiert, dann bekomme ich die ganze Haut, also wenn ich sowas höre. Die Leute haben sich wirklich für uns aufgeopfert. Die haben von morgens bis abends gearbeitet. Das war eine völlige Selbstverständlichkeit. Ob das Afrikaner waren, ob das Syrer waren oder wie auch immer. Da muss ich Not ziehen. Also die Leute haben uns sehr geholfen.